Und da sind wir auch schon wieder zurück, jetzt mit dem DAX-Check und mit Thomas Bergmann, schon dass du mittlerweile da bist. An Frankfurt ist einiges los heute, Wolterbox IPO. Gestern war auch einiges los, denn da haben wir endlich die 13.000-Punkte-Marke gesehen. 16.17 Uhr war es dann endlich soweit, wir haben die ganze Zeit drauf gewartet. Jetzt schauen wir aber auf den heutigen Tag und gleich mal auf die Kurs-Tafel, auf die DAX-Tafel. Jetzt sind wir, nachdem er gestern kurz drüber gegangen ist, jetzt ist er schon wieder so ein bisschen in Schockstarte oder im Schlafmodus. Also Schockstarte auf keinen Fall, weil da hätten wir ein schlimmes Ereignis vor uns gehabt oder hinter uns gehabt. Ne, es fehlen einfach im Moment die Käufer. Es gibt eigentlich keinen Grund auch zu verkaufen, deswegen haben wir dieses Resultat hier schön eingeblendet. Es geht zwar hin und her, aber wir sehen ja auch, es ist ja nicht mal ein Prozent die Spanne hier. Ja, Geduld, Geduld, Geduld. Man wartet wahrscheinlich auf die nächsten Quartalszahlen. Heute Nachmittag geht es weiter in Amerika. Aber ich denke mal, dass es eher die deutschen Unternehmen sein werden, die dann den Markt maßgeblich dann beeinflussen. Wir sehen auch hier oben das neue Allzeithoch, 13.000 und zwei Punkte. Also er ist wirklich nur leicht drüber und dann sofort wieder sich ein bisschen zurückgezogen gestern und auch jetzt eben aktuell sind es 14 Punkte. Wie schon die letzten Tage das gleiche Szenario wie hier. Wenn es dann so weitergeht, hätte ich nichts dagegen. Klar, wir müssen nachhaltig über die 13.000 nicht nur zwei Punkte. Das reicht natürlich nicht für ein starkes Kaufsignal. Ich denke mal, wenn wir dann aber in den Bereich 13.030, 13.050 reingehen, dann wird das Ganze an Momentum gewinnen und dann werden wir noch viel Spaß haben am Jahresende. Schauen wir noch auf den Dreijahreschart. Eigentlich gibt es ja auch nicht viel Neues zu zeigen. Wir schauen gleich auf das Produkt, das ja weiterhin aktiv ist. Der Zuschauer dürfte es mitbekommen haben. Vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen Zuschauer mit von der IPO-Sendung dabei, der es vielleicht noch nicht kennt. Noch mal ein Wort dazu. Genau, wir hatten den Einstieg bei 7,97 Euro im Schein. Das war 570 Punkte unter dem aktuellen Niveau, also doch schon lange dabei. Der Hebel hat sich mittlerweile etwas reduziert. Das ist einfach so bei Turbooptionsscheinen, dass mit steigenden Kursen der Hebel nach unten geht. Die, die natürlich von Anfang an dabei sind, die freuen sich natürlich über den Ursprungshebel, den sie damals bei Kauf hatten. Ne, wir sind sehr zufrieden. Der Schein mehr als 70 Prozent im Plus. Wir haben den Stoppkurs mittlerweile nachgezogen auf 11,75 Euro. Damit man also hier schon einen ordentlichen Gewinn mitnimmt, sollte es noch mal Rücksetzer geben. Wäre auch jetzt nicht schlimm, wenn wir noch mal 500 Punkte korrigieren. Das wäre in etwa die Hälfte der Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aber grundsätzlich stehen die Ampeln auf grün und wir denken, dass wir weiter steigen können. Hier sehen wir noch mal den aktuellen Kurs, 12.988. Also es fehlt nicht viel bis zur 13.000. Vielleicht springt er heute noch mal drüber. Vielleicht auf Schlusskursbasis wäre natürlich ein gutes Signal, wenn es passieren würde. Genau, das wäre natürlich auch noch mal ein positives Momentum für den Markt, wenn wir das drüber schließen. Aber wie gesagt, es muss etwas nachhaltiger über die 13.000 gehen und dann denke ich mal, kommen auch noch ein paar Trading-affine Anleger hinzu und dann wird es weitergehen. Okay, dann schauen wir am Montag wieder drauf. Besten Dank, Thomas, für heute. Danke auch Ihnen, das war es. Schön, dass Sie dabei waren. Bis Montag, auf Wiedersehen.